so guten tag meine damen herren grüß gott und marhaba und auch salam aleikum so herzlich willkommen hier aus bad rilschigen hannweiler im saarland hier in deutschland mein name ist dr norman alihalaf und wir machen heute mit ihnen eine schöne tour so eine kleine tour in unser dorf bad rilschigen hannweiler so herzlich willkommen und bitte kommen sie mit mir wir machen zusammen eine schöne tour so hier beginnt das ist rilschigen hannweiler ja und hier ist unser dorf das ist hier netto kick dm und die grenze ist nach 500 700 meter man sieht hier das ist hier unser markwort ja und wie gesagt das ist hier ganz einfach richtung klein besser nach vorne ok so das war früher die grenze das war hier die grenze also das deutsche hier das deutsche und hier das französische grenze ja das haben wir hier jetzt fast vor das kebab und hier ist oben so ist die grenze hier von vorne am alten zoll das ist jetzt hier ein am alten zoll das ist ein bistro hier ok kaffee gasthaus so das ist hier und die richtung ist dann frankreich und die richtung ist dann frankreich wir sind hier an der an alten fähre ja jetzt gehen wir hier direkt an die saar ja das ist zwar hier so das war hier der Wasserstand 13. Mai 1970 und oben das war hier Hochwasser Dezember 1993 Murat komm hi Schiff hi auch sehr schön hier gelegen so das ist unser Saar so also wir sind hier auf die das ist die deutsche Seite das ist hier Hanweiler sehr schön hier die Schiffe so das ist unser Saar und die andere Seite ist natürlich Frankreich auch sehr schön das ist meine Tochter Nura und ich nochmal guten Tag und Salam Aleikum so auch sehr schön hier jüdisch ok 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 so 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 hallo Nora sind hier alte Schiffe hier ist auch schön ist auch schön hier ist auch sehr schön hier von unten auch sehr schön hier auch sehr schön hier Anlegestelle ja hallo auch sehr schön natürlich hier dort so das ist das evangelische Kirche das ist evangelische Kirche Gemeinde hier ja hier die Straße hier direkt so das ist hier ja die Saar auch sehr schön von hier hier kann hier repariert so hier man repariert hier das ist hier Hein Franz ja hier sehr schön die Saar so auch hier so auch sehr schön von hier auch sehr schön von hier die Saargemünder Straße so man sieht hier Saargemünder Straße Saargemünd französische Grenzstadt als Ersterwähnung 706 ja hier das ist die Straße hier und hier ist es nach vorne also hier wir gehen nach vorne Richtung Rilchingen das ist die Bahnhofstraße auch Bahnhofstraße hier so das ist unser Dorfkrug so Dorfkrug so Bahnhofstraße das ist unser Sparkasse so jetzt gehen wir zu unser alter Bahnhof so das ist unser alter Bahnhof hier das ist unser alter Bahnhof hier ja das war hier das alte Post früher war hier Post und hier das ist der Bahnhof hier alter Bahnhof von Hannweiler so das ist hier Bahnhof 1867 wurde der Bau einer Bahnhofstrecke von Saarbrücken nach Saargemünd beschlossen der notwendige Staatsvertrag zwischen Preußen und Frankreich wurde am 18. Juli 1867 unterzeichnet das heutige Bahnhof das heutige Bahnhof Gebäude ist durch einen Umbau 1938 und eine Erweiterung im heutigen Gaststättenbereich in den 50er Jahren entstanden ok so hier so hier Fragkratzen so hier Fragkratzen hier das ist hier das Hannweiler Bad Rilschingen ja hier sind die Sitze hier Fragkratzen und das steht hier und das steht hier das ist hier das alte also also Hannweiler Bad Rilschingen also hier Gleis 1 Gleis 1 ja Gleis 1 Nora Assalamu alaikum du wartest auf dem Bahn auf dem Bahn so alter Bahnhof Restaurant und hier S Gleis 1 so jetzt steht das hier so Hannweiler Bad Rilschingen so 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 so